dunkel schmiedestein deswegen bin ich jetzt hier ist er jetzt ist er jetzt so ein halber boss hier oder das ist doch dasselbe nilpferd dass ich schon dass ich schon verprügelt habe oder nicht aua 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 bitte nicht bitte nicht er hat tors hammer aua nein 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 ein ring und weiter geht's ich werde aber jetzt nicht noch mal hier reinlaufen und noch mal sterben mache ich nicht noch mal beim mesma reinlaufen und noch mal sterben wäre ja irgendwie ganz schön wild also wer das tut der wäre das irgendwann ist auch mal gut irgendwann ist auch mal gut die in der kirche so also wo bin ich hier überhaupt ich bin hier hochgekommen ich habe keine ahnung über vom weg her was geht hier hallo genau welche in der kirche so hallo wer ist da war ihr gegner oder wart ihr friedliche weiß ich nicht ich haue ich lieber mal hat doch irgendwer geredet hallo aber hier war jemand ja stimmt will ich den weg wissen oh war die lady hier unten aber hier war ich glaube ich schon aber hier war ich glaube ich schon da stehen auch leute rum kann ich von oben kann ich von oben kann ich auch blut undurchdringliche dornen mhm hänge ich jetzt hier fest was ist das ich glaube ich hänge jetzt hier fest ich habe mich selbst ins aus manövriert nun also ich würde gerne hier runter kommen hm hm in der kirche von der blume oder die blume könnte ich mir ja auch nochmal angucken ne und nochmal schauen was bei der geht war das hier oder hier ne das ist der eingang es müsste hier sein ja ich kann mich nicht so richtig erinnern was bei der blume los war der skado baum genau so hieße ahja Somewhere blutungen das war hier los ah ja ah ja Oh, ups. Habe ich Lust, jetzt den nächsten Bosskampf hier anderthalb Stunden durchzuballern? Nein. Wäre ja auch verrückt, hier jetzt den nächsten Bosskampf zu machen. Äh, Lena Jackson, hi. I'm fine. Thanks. Hm, ne, 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 ne. Nicht den nächsten Bosskampf. Joa, hm. Also es ist folgendermaßen. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht mehr erinnern, wo ich hier in dieser Kirche schon überall war und wo nicht. Ich denke mal der Weg, oder hier in der Kirche, in diesem, was ist das hier? Schattenberggipfel. The Unkraut, yeah, it's you. Der Zauber, den du aufgesammelt hast, ist von der Blume. Das hätte ich mir fast gedacht. Lagerhaus. Also ich vermute, dass ich irgendwo von diesen dreien hier rüber laufen kann und dann, dass hier irgendwas geht. Äh, ja, keine Ahnung. Ich muss mir das alles nochmal angucken, müsste. Ich müsste mir das alles jetzt nochmal im Detail angucken und schauen, wo es lang geht. Ich bin aber jetzt, den, die Hilfe nehme ich tatsächlich jetzt einmal an. Sagt mir mal, wie ich da rüber komme. Wo ich hin muss, um in dieses Gebiet zu kommen. Über die Nebelrisskatakomben vielleicht? Oder hier, keine Ahnung. Also einfach hier oben in dieses Gebiet, ne? Helft mir bitte kurz. Von hier aus links halten. Da müsste ein Aufzug sein. Was waren hier nochmal für Gegner eigentlich? Ich weiß es nicht mehr richtig. Ein Runenbogen. Wunderbar. Nach unten. Okay. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich bin, glaube ich, ziemlich schnell durch dieses Lagerhaus durchgerannt. Oh Mann. Das ist Bait. Da vorne, der Loot. Loot da vorne ist sowas von Bait. Wir gehen hier lang. Oh! Der Kumpel hätte mich fast erschreckt. Funkenwand. 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 Aua. Aua. Was trifft mich? Kannst du bitte aufhören? Funkenwand. Ihr Schweine. Iris der Gnade. Was ist das? Ah, es gibt ja auch noch dieses Zeug, dass man sich craften kann. Und so Tränke nehmen kann man ja auch noch. Ah, der Such war jetzt zu viel. Egal. Einfach mal sicherheitshalber draufhauen. Ein wichtiges Item. Item. Okay. Nope. Da geht's nur zurück. Moment. Wie hieß das Item? Irgendwie so ein Baum. Dings. Wo ist es? Da. Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Auf das Auge eines anderen legen. Okay. Keep your secrets. Und jetzt. See you there. There's. There's. Let's go. Put this. Eine Gnade. Yay. Ähm, kann ich hier auch aufmachen? Nö. Uh, da vorne wird's schön grün. Ach, ich hasse Fledermäusen. Danke für den Hinweis mit dem Reiten. Was ist er? Was, was ist er da vorne? Solche habe ich schon mal bekämpft. Ach, vergiss es. Lassen wir das. Okay. Noch eine Gnade. Na, das war ja easy. Hallo. Uralte Ruinen von Rau. Oh. So, hi. Hier sind... Hier ist... Dammwild oder Rotwild unterwegs. Nett. Wo bin ich? Oh, mittendrin jetzt schon. Das ging ja schnell. Ähm... Ähm... Ja. Da unten war ich schon mal. Wildschweine. Hallo. Ein Aufzug. Wo der mich wohl hinführt? Ei, 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 ei. Ja, schauen wir mal, wo mich der Aufzug hinführt, hä? Oh, hi. Und du bist... Irgendein hässlicher Klotz. Ah, Hunde. Hm, liebe ich. Hunde habe ich ja besonders gern. Oh, hi, Jungs. Tut mir leid. Wenn ich euch hier gerade ein bisschen unterbreche. Autsch. Jetzt zu dir mit deinen Zaubereien. So. Was habt ihr hier gemacht? Warum... Warum macht ihr hier unten Rituale? Jungs, gibt es hier irgendwas Cooles? Dunkelschmiedestein. Deswegen bin ich jetzt hier. Ihr habt einen Dunkelschmiedestein beschützt. Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Wo ist der Geheimgang? Hm. Kein Geheimgang. Schade. Aber hier vorne ist noch ein Loch. Überall gut umsehen. Überall gut umsehen heißt es hier. Überall gut umsehen heißt für mich immer... Irgendwo gibt es was. Und denkt immer schön dran, ich versuche das hier schon alleine zu schaffen. So mal zwischendurch ein Tipp. Gar kein Thema. So Kleinigkeiten. Aber hier geht doch nix. Ja, Kalona. Einfach nicht zu viel. Nicht zu viel Spoilern und Tipps geben. Ich habe Dark Souls 1, 2 und 3 durchgespielt. Alleine komplett ohne Tipps. Kann man auch auf YouTube hervorragend nochmal anschauen. Und Dark Souls 2 bin ich gerade in den DLCs auch ganz wild. Ganz, ganz wild. Ja, ne, also keine Ahnung. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich hier was finde, dann müsst ihr mich... Dann müsst ihr es mir verraten. Ansonsten gehe ich jetzt hier wieder, weil... Ich sehe hier nichts weiter. Wenn es euch ganz wichtig ist, dass ich da jetzt was finde, dann... Hier werde ich sonst nie wieder hinkommen. Ja, das ist ja witzig. Ich war hier unten unterwegs, glaube ich. Und habe diesen Durchgang echt nicht gefunden, ne? Witzig. Hätte ich schon viel früher hier aufreuzen können. Oh, den muss ich doch ein bisschen ausweichen, habe ich das Gefühl. Ah, du meintest es generell. Ja, okay. Ja, ja. Ich gucke mich so gut ich kann, gucke ich mich um. Ich weiß nicht, ob der da unten cool ist oder nicht. Wo bin ich jetzt überhaupt? Weiß ich nicht. Skado-Fragmente, die man übersehen könnte. Hm, die sind natürlich wichtig. Immer alles looten, Sepp, du weißt. Als ob ich irgendeinen Loot liegen lassen würde. Ich doch nicht. Ist er jetzt... Ist er jetzt so ein halber Boss hier? Oder das ist doch dasselbe Nilpferd, das ich schon verprügelt habe, oder nicht? Ja, aber sowas von. Der kleine Bruder. Oh, das Timing von dem. Das war auch beim vorigen schon... Ah, echt eine miese, miese Nummer. So. Skado-Bahn-Fragment, guck an. Ich weiß gar nicht, wie viele ich davon brauche, um irgendwie noch krasser zu werden. Ah, das war die Nummer, da bin ich nicht rübergekommen. Da unten war ich nämlich, oder? Nicht hier auf der Ebene. Ja, ja, da ist der Golden, der Goldene. Den habe ich doch... Den habe ich aber besiegt gehabt. Glaube ich. Oder bin ich einfach an ihm vorbeigerannt? Ich weiß es nicht. Tja. Ich glaube, den habe ich bekämpft und besiegt. Weiß nicht, ob der respawnt oder nicht. Ey, Hirsch. Hi. Schildkröten. Oh. Na? Schmeckt das Wasser? Keine Höhle hinterm... Wasserfall? Hm. Äh, ich... Puh. Ich weiß nicht, ob ich da runter will, ehrlich gesagt. Malen ja erst beim fünften Durchlauf gemacht. Krass. Ach, heftig, dass du das Spiel schon fünfmal durchgespielt hast. Was ist das? Ich nehm hier schon alles mit. New Game Plus 8. Ich find das immer noch so faszinierend. Dass man dieses Spiel so häufig durchspielen kann. Ha. Ha. New Game Plus 4, der nächste. Die Frage von Sepp geht nicht an mich. Weil Sepp ganz genau weiß, welche From-Software-Spiele ich gespielt hab. Ne, was ist das? Ein Faden. Wichtig. Ähm. Also hier bin ich direkt nach links gelaufen. Jetzt schauen wir dann gleich mal nach rechts in die andere Richtung. Ja, Dark Souls 3 kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich kann auch Dark Souls 1 empfehlen. Ist aber ein bisschen behäbiger. Also da muss man tatsächlich sich drauf einstellen. Bei Dark Souls 1 dauert alles ein bisschen länger. Die Tasteneingaben und so. Die Tasteneingaben und so. Lass Dark Souls 2 weg Ist meine Mein Rat Ich bin am Dark Souls 2 DLC Komm einfach vorbei im Stream Wenn ich am Dark Souls 2 spielen bin Und du wirst ziemlich schnell verstehen Warum Man dieses Spiel getrost weglassen kann Ist kein schlechtes Spiel Ja an Es ist halt Eine ganze Ecke härter Und schwieriger als Dark Souls 1 und 3 Und aber auf eine Art und Weise Die in sehr vielen Situationen Sehr frustrierend sein kann Bloodborne Bloodborne fehlt mir noch Das steht auch noch auf dem Zettel Das gibt es aber aktuell ja nur für die Playstation Und ich besitze keine Oder warte geht Bloodborne auf der Playstation 3 Ne die kann ich nicht abgreifen Die PS3 Die ich hab Die hat so ein dämliches So ein dämlichen Kopierschutz Dass man dann keinen Keine Capture Card damit benutzen kann Aber irgendwie werde ich mir noch eine Playstation besorgen Und dann auch für euch Bloodborne noch machen Hey da war ja einer Ne nicht du Du Ich hab eh nur ne Ich hab eh nur ne Playstation 3 Die ich mir vor vielen vielen Jahren mal Gekauft hab Was zum Ach er Der Elden Ring Ziegen Dämon Der Elden Ring Ziegen Dämon Danke Ich fand es irgendwie gruselig Nicht weglaufen Tu dir nix Ich befreie dich Verehrte Geisterasche Wer macht hier Zauber? Da oben Na warte du Freundchen Dunkelschmiedestein Geheimgang? Ah ne Kann ich auch machen Ich bin Ja Ich bin Jungs Ich bin 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 Raunest Hier geht es ganz schön weit runter Euer Geiststein Bloodborne sieht schon cool aus Ich habe ein bisschen Bammel davor Weil es halt nur in 30 FPS läuft Habe ich jetzt nicht so die größte Lust Auf Bloodborne Aber das soll ja richtig gut sein Auch Hallo Oh Hallo Hört mich nicht Woher kenne ich jetzt diesen Skorpion Die sind mir schon mal irgendwo begegnet Skorpion Leber Einfach Küsst mich Sorry Ich wollte nicht deine Einrichtung zertrampeln Das ist einfach so passiert Das war ein Versehen Wirklich Wo bin ich hier eigentlich Hi Hast du ein Problem mit mir Sieht so aus Ich mit dir Auch Du bist mir nämlich im Weg Ich will hier eine Höhle erforschen Ist das eine Höhle Ne Eher eine Katakombe Oder Was sind das hier Katakomben Hallo Hallo Jungs Ah Weiß ich nicht Elden Ring und so Auf PS4 Ja das ist ja auch vollkommen okay Ausreichend Das erste was ich tun müsste Wenn ich dann eine Playstation habe Mit der ich Bloodborne spielen kann Wäre ich einen ordentlichen Controller kaufen Moment Also hier ist eine Tür Die kann ich wahrscheinlich wieder aufmachen Ja Und dann haben wir den Durchgang da links Einer dieser Topf Oh Oh Ich hab die nicht gelootet Ich bin ja ein Ah Ah Was ist hier Hallo Was seid ihr Schnecken Greift ihr mich an Bestimmt greift ihr mich an Deswegen machen wir es einfach Ja Machen wir es einfach Gleich So Streifen weißes Fleisch Dünne Bestienknochen Willst du mit Maus Nein Nein Solche Spiele gehören mit Controller gespielt Ich verstehe die Leute nicht Die Sowas Mit Maus und Tastatur spielen können Also hey Jedem das Seine Wenn ihr damit klarkommt So kein Thema Aber ich verstehe es halt nicht Wait Also hier gibt es keine Topfträger mehr Aber jetzt gucke ich Bevor ich da mit meinem Pferdchen runter Einmal da hinten In den Nebenraum Ist hier noch ein Topfträger Ne Warte Da vorne ist noch Loot Weißfleischpilz Ja Sandiger Boden Weiß ich nicht Da hinten sind vielleicht noch top Topfige Wow Wow Aua 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 Bitte nicht Dunkelschmiedestein War schon lange keine Gnade mehr Irgendwie Unterwegs Ne Uh Okay Eine Kerze anzünden Hi Darf ich? Ja? Dankeschön Wurfdolche Hm Weiß ich nicht Hallo Raunest Pilze Keine Ahnung Bleischige Pilze Raunest Bestimmt Irgendwelche Herstellungsmaterialien Für Glassplitter Ah Skorpione Hi Dude Nochmal Nochmal Nur einer? Das ist ja fast schon langweilig Oh du bist ein bisschen Größer Du bist ein bisschen Größer Spinnenskorpion 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 Asche Ah Ja wenn ich die benutzen würde würde ich das vielleicht cool finden Taujuwel Taujuwel gehört oder Ne? Okay Okay Hm Ich weiß gerade nicht so ganz wo ich lang soll Wo bin ich überhaupt? Hm Ja Irgendwo Irgendwo auf einer großen Map Bin ich jetzt Wait Wait Hä? Ach guck mal Eine Ebene weiter oben? Ne Hä? Hier sind die Schildkröten Oder? Keine Ahnung Da ist so ein Runending Da vorne Ich hab keine Ahnung Gehen wir wieder in die Höhle rein Die offene Welt Ist viel zu weit und offen Kriegt man ja Angst So alleine Ja mit dir hab ich vorhin geredet Topfträger Das hier Ich hab das Spiel selber nie gespielt Aber diese Szene hier gerade Er erinnert mich sehr an Wie heißt das Spiel? Shadow of the Colossus? Hm Die Frage ist War ich da unten schon? Es könnte sein Dass ich da schon war Deswegen springe ich da mal jetzt nicht runter Skado Baumfragment Der hatte eins Wunderbar In dem Fall gehe ich doch jetzt hier runter Ihr seid irgendwie eklige Viecher Ich erinnere mich Ich erinnere mich dunkler an euch Irgendwas war mit euch Oh Okay Da waren wir einmal im Schattenreich Rune 6 Wunderbar Pilz Dämliche Schaben Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher Wo ich hin will Oh mein Gott Ich verlaufe mich Feiner Schmelztiegel Federtalisman Ist hier was? Nee Hier bin ich nur wegen dem Talisman hergekommen Okay Alles klar Let's go Dann Gehen wir mal wieder runter Und geradeaus Hi Könnten sie bitte nicht mit Magie auf mich schmeißen? Loot? Nein Kein Loot Ewig rumgeirrt Da oben geht noch was Wie komme ich da wohl hin? Ah ich sehe schon Danke Oh du hast was Bliegenschimmel Lecker Ah ich liebe Fliegenschimmel Schön gebraten Ähm Der hat einen Hammer Ich habe eine Keule Hallo Guten Tag der Herr Oh er hat Thor's Hammer Er hat einfach Thor's Hammer Wow Er ist Was ist er denn? Was ist er denn? Ich kann mich unter Devonias Hammer Hammerhelm des Schmelztiegel Oh, cool Cool, cool Okay, ich glaube, ich war hier noch nicht Sonst an den hätte ich mich bestimmt erinnert Skado Baum Jawohl, Gigi, Dankeschön Nachricht vom Kreuz der uralten Ruinen Noch ein Gigi, Dankeschön Geschnitzte Worte wachsen zusammen Hier lasse ich den Rest des Fleisches meines Körpers zurück Alrighty Setze ich mich da jetzt hin? Nö Komm, ja, nur die ganzen Gegner wieder, die ich gekillt hab Was ist das? Trockenblatt Wirbelwind Oh In dem Fall hab ich den da unten doch noch nicht besiegt Sonst wär der vielleicht weg Ich weiß es nicht Ah, ne Feuerschale Oh, Entschuldigung Wollte ich nicht kaputt machen Hm Ich glaube, ich sollte Hier lang Oh, was ist das? Ach, so ein Ding Ah Ha Ähm Perfekt Genau so hab ich's geplant War 100% beabsichtigt so Und wer was anderes behauptet Hat keine Ahnung Ich hab noch keinen einzigen von diesen Kein einziges von diesen komischen Dingern besiegt Und ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht Ob und wie ich das tun will Ha Benutze ich's jetzt einfach Und schau, wo ich lande Wait Ah Da war ja was Stimmt, es gibt ja so Das muss ich jetzt erst Oh Da muss ich jetzt erst irgendwo so einen kleinen Steinhaufen verhauen Ha Die geben Tränen für die spezielle Flask Ah Sollte ich mal probieren, einen zu killen Aua Komm, ich probier's Aua Oh, okay Oh, okay Oh, oh, ohne Waffe Ja, perfekt Nee, Quatsch Ach, scheiße Ich wollte meine Waffe Weithändisch nehmen, danke Aua Boah Du bist viel zu ekelhaft Scheiße Nein Äh Ja, 200.000 Naja, vergiss es Ich bekämpfe mich nicht Brauche kein Mensch Ich habe schon die besten Tränen Ich habe schon die besten Tränen Die von denen brauche ich nicht Jetzt muss ich erst mal meine 200.000 Seelen holen Das ist mir zu doof Yep Das haben sie immer noch nicht rausgepatcht Dass der einfach dieses dämliche Pferd ruft und gut ist Man muss immer noch hier jedes Mal bestätigen Wenn das Pferd umgefallen war So, jetzt ist eigentlich die Frage Ja, was ist eigentlich die Frage Was mache ich hier Was mache ich hier ist die Frage Ich will Diesen komischen Winddinger Ey Ja, ja Ist ja gut Dieses Windding freischalten Dass ich da hochhüpfen kann Kukiri Kukiri Nee, 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 nee Die haben mich schon das letzte Mal so tierisch genervt Die nerven so gigantisch Ich hasse sie Diese Zappel Messerschwinger Vor allem habe ich keine Lust dem Ding ständig auszuweichen Ich hätte eigentlich Eigentlich schon so ein riesengroß Schwert Hätte ich irgendwie Äh, nicht Schwert So ein riesengroß Schild Hätte ich mir irgendwie zulegen sollen Daran würden die sich bestimmt die Zähne ausbeißen Aber wisst ihr was Ich kann hier auch einfach durchreiten Das looten Umdrehen Und abhauen Au, die 200.000 Seelen Die will ich natürlich mitnehmen Gib mal Danke So, wo sind wir jetzt? Ha Ah, ihr seid Ziegendämonen Dämonen Aha, aha, aha Weiß ich nicht Ich weiß nicht mal wo ich hingehe Es ist ein riesiges Offenes Seltsames Labyrinth Ähnliches Geflecht von Gängen und Plattformen Ich habe keine Ahnung wo ich bin Und wie ich da hinkomme Weil da will ich ja eigentlich irgendwie hin Glaube ich Was ist das hier? Äh Ah Ist Oh, okay Ja, ja, ja Alles gut Ich muss hier nur durch Hier ist ein Aufzug Nehme ich Sehr gefährlich Das Gebiet Ja, ist jetzt nicht Wenn ich hier alles killen würde Und langsam voranschreite Und mir jede Ecke Anschauen wollen würde Dann Wäre es sicherlich Kompliziert Wer bist du? Du bist so einer, der da unten schon stand Die Frage ist Respawnst du? Ich glaube der respawnt Das ist ein respawn Gegner Oh, was Wo bin ich? Wait Ich bin verwirrt Warum ist der Aufzug unten? Sollte der unten sein Und dann kommt man von da unten Und geht hier hoch Wahrscheinlich Bin ich halt Bin ich halt von der anderen Seite gekommen Das heißt Das hier ist nicht Also den Aufzug runterwärts Ist nicht der Weg Um in dem Gebiet weiter zu kommen Weil der Aufzug schon unten ist Und quasi gedacht ist Im Sinne von War ich da drüben schon? Keine Ahnung Wenn du hier lang kommst Kannst du direkt in den Aufzug Und nach oben fahren Deswegen gehe ich stark davon aus Dass es hier weiter geht Ich weiß zwar nicht Ob das jetzt doch Das ist die richtige Richtung Hier ist eine Gnade und ein Boss Ja perfekt Wunderbar An der können wir kurz rasten Einmal Drinks auffüllen Ah und Ja klar Segen des Skado-Bombs Let's go Gestärkt Die Kirche Was bist du denn Für ein hässliches Ding Oh sie macht Scharlach-Gedönse Uncool So wo kann ich dir Ja hier Perfekt Bist du hässlich? Das lassen wir mal Aua Scharlach-Fäule Fucking hell Bist du ja Wow, wow. Nein, 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 nein. Ah, ist das ärgerlich. Ah, come on. Ah. Mist. ! 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 Ah, fuck. Ja, die hatte ich irgendwie First-Try geschafft. Bei mir war es ja beinahe auch ein First-Try. Die ist nicht hart. Das war super knapp. Zwei oder drei Hits hätten wahrscheinlich... Oh Mann, sie hatte dann am Ende so einen heftigen Schlag. Ah, so ärgerlich. Ah, so ärgerlich. Nein, ich habe meine... Oh, nee, ich bin doch so ein Trottel. Ich habe die Seelen liegen lassen. Oh Mann, ich habe es vergessen. Die Runen. Die Runen liegen lassen. Ach, damn it. Was ist mit dem... Was ist das? Das tut arg weh, das tut arg weh. Na bitte. Echo der heiligen Knospe. Dankeschön. Danke. Ich hab immer noch Scharlachfäule, die ich mit mir rumschlepp. Dankeschön, Leute. Ja, das wär ein ganzes Level gewesen, ne? Wait. Wenn ich das level... Ah doch. Aber da levelt sich kein Damage mehr bei Stärke. Ne, Kraft. Bei Stärke? Ah, bei Stärke ein bisschen. Was sollte ich denn jetzt noch leveln eigentlich? Ausdauer, Lebenspunkte? Ne. Was lohnt sich jetzt noch zu leveln? Feuerresistenz. Geht 1 hoch. Geht überall immer 1 hoch. Entdeckung. Stärke bis 90. Ah, da geht auch Feuerresistenz 1 hoch. Oder Kondition. Ausdauer, maximal Ausrüstungsgewicht. Ist natürlich auch nicht schlecht. Feuerresistenz. Ne, dann mach ich. Dann mach ich Stärke. So, also gut. Hier, ja gut. Kirche würde ich das tatsächlich gar nicht nennen. Eher so Innenhof oder so. Kirche? Ah doch, Kirche der Knosbeer. Tatsächlich. Da hinten geht's... Hä? Moment. Hier geht's gar nicht weiter. Dann muss ich mir das kurz angucken, was hier ist. Dann muss ich's mir doch kurz anschauen. Hallo. Der Siegelbaum verschleiert den Baum in Schatten. Er kann ohne Messmaszunder nicht verbrannt werden. Aha. Warum will ich nochmal hier hin? Weiß ich auch nicht mehr. Zum Schauen, was so abgeht, ne? Geh mal zum Klippenrand. Uh. Ah, Mikella aufhalten. Aber wieso mal? Mikella war doch einer, der sein... Der, der da halt so... Der Bruder von Marlene, der irgendwie... Ah, du warst schon da, wo ich mein. Okay, dir ging's nur ums... Warum? Ach, hier darf ich mein Pferd nicht rufen. Ja, lieber Mesma. Aus irgendeinem Grund will ich Mikella Hallo sagen. Das war ja der Eigentliche. Deswegen bin ich ja eigentlich hier. Ich will ja Mikella Hallo sagen. Mesma. Geh mal deinen Zunder, bitte. Geh mal deinen Zunder, bitte. Oh, das war jetzt aber knapp vor der zweiten Phase. Gib mir deinen Zunder. Ich muss einen Baum anfackeln, um Mikella Hallo sagen zu können. Ich bin jetzt. Ich bin ich Hoy классisch, aber nur ich war jetzt. internship. Georg Zunder. Ich bin selber bei Черnen. Ach,iovalle. Ach,iovalle. Geh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Verdammt! 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 Jetzt schon ganz ordentlich, danke Sepp! So knapp, ja! Zu früh gelobt! Ja, hey, okay! Sorry, dass ich hier einfach nochmal schnell reinschauen möchte! Dass ich jetzt hier nicht... Bin halt mit einem Auge dann doch im Chat, ne? Machst du nix? Ja! 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 Tastengefettfingert! Ja! Ja! In the embrace of Mesmer's strength. Einmal fett die Tasten gefettfingert. Nein, die Taste. Nein, die Tasten. In the embrace of Mesmer's strength. Oh, dass der noch ein Treffer war, sehr ärgerlich. Über drei Monate. Keine Ahnung, das ist... Ich bin bestimmt... Die Mana Flask gegen die Heilung... Bisher bin ich ja nicht ans Ende meiner Heilung gekommen. Das war ja bisher kein Problem. Das ist ja nur eine Mana Flask, die ich habe. Oh oh. Na, war jetzt nicht... Das beste Timing gerade. Die Schlange killt mich. Die Flask gegen die Heilung... Die Flask gegen die Heilung... Wenn sie nicht gesündigt sind... Ich bin ich nicht, aber... Ich bin schon so. Ich bin jetzt... Der Sprung bringt halt schon was, ne? Scheiße. Ich dachte, er macht den Hit in den Boden rein und nicht seinen Wirbler. Das habe ich aus der Position nicht genau gesehen, was er vorbereitet. Oder ist die Vorbereitung immer die gleiche? Ist die gleich? Könnte sein, dass die Vorbereitung die gleiche ist und er sich dann entscheidet, was er tut, wenn er in der Luft ist. Oh, Mist. Mist. Hätte auf ihn zugehen müssen. Dann wäre es... Ah, Mist. Dann hätte ich es vielleicht geschafft, aber ich war auch schon wieder damagegierig und habe nicht gesoffen. Ich hätte einfach saufen sollen und nicht einmal draufhauen. Es ist immer die Schadensgier. Es ist immer die Schadensgier. Oh, Mist. Das war's. Nein, 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 dumm, dumm, dumm. Alles gut. Man, zu viel am Laufen. Mist. Ja, die zweite Phase nicht gut hingekriegt. Aber ich glaube, jetzt wären wir fast die Heiltränke ausgegangen. Hahaha. Ah, calm. Ich denke, irgendwie habe ich da das Gefühl mittlerweile, dass ich da zwischendrin einen trinken kann. Ich weiß nicht, warum mir das in den Sinn kommt. Keine Ahnung. Okay. Jetzt bin ich auf 9 und bis zum nächsten Mal. Ich bin auf 9 und bis zum nächsten Mal. Es geht jetzt. Und in die Aufgabe. Ich bin auf 9 und bis zum nächsten Mal. Und Tja, kannst du auch auf 1 und bis auf 1 und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mist Let's go! America! Yes! A curse upon me! Yeah, the Bleedprog has hit at the end of the end. Hat's am Ende sehr viel einfacher gemacht. Puh! Oh, jetzt war mir aber... Geil! Ey, wow! Danke, Leute! Mesmos Zunder! Let's fucking go! So! Oh! Ich war... Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Alle, die auf YouTube eingeschaltet haben und das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeguckt haben, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute... Also die letzte Folge, die davor, die auch anderthalb Stunden ging, wo ich anderthalb Stunden nur Mesmer gemacht habe. Hätte ich nicht gedacht, dass ich heute den Mesmer noch besiege. Ich hab gedacht, so jetzt am Ende, komm, gehst du nochmal hin, nachdem du jetzt zumindest weißt, warum du Mesmer besiegst, besiegen sollst, so... Ihr braucht den Zunder, ich will zu Michaela, der hält den Zunder mir... Also, genau. Ihr wisst schon Bescheid. Deswegen sollte ich halt ihn besiegen. Hab ich gedacht. Geh ich nochmal hin? Hat geklappt. Voll geil. Nach dreieinhalb Monaten Pause. Ich hab nix verlernt. Danke fürs Einschalten auf YouTube. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.